Hallo, hallo, Sportfreunde, weiter geht's mit Yoshi's Anne Hand und wir sind im Castle 6, 4. Ich dachte gerade, oh, wieder ein Glitch-Level. Nee, ich denke mal nicht, dass das normal so ist. Ich dachte, ich kann den Geist jetzt nicht töten hier so einfach mal so ganz schnell und so tun, als hätte ich... Skills! Okay, ähm... Oh mein Gott, macht mir das jetzt schon Angst hier gerade. Oh Gott, das macht mir wirklich Angst. Scheiße. Okay, hoch. Aber nur hoch hier und weg und raus und ganz schnell. Und zicke zicke Hühnerkacke. Und... Ich weiß, sieht ein bisschen hässlich aus hier, aber da kann ich doch nichts... Und erinnert an, ihr habt euch dafür entschieden, dieses LP zu gucken. Dann müsst ihr damit jetzt auch durch. Ich habe andere Let's Player nicht dieses Problem. Ich habe es jedenfalls. Ja, also... Geht doch! Entschuldigung, dass ich gegründet habe, aber das muss einfach sein. Damit wir alle gesund bleiben. Und da oben ist doch noch was gewesen, oder? Oh, Sternenpunkt, äh... Boah, Sternenpunkt denke ich gar nicht mehr, weil ich meine... Ja, also die haben schon 20er am Ende und gut ist, also... Ich weiß nicht, was das soll hier. Naja, egal. Naja, schon geil, wenn man weiß, dass man die Items einsetzen kann, obwohl es einem nie gesagt wurde. Wahrscheinlich wurde es einem gesagt, aber ich habe mich auch verpasst. Und da gebe ich dem Spiel einfach die ganze Schuld, weil ich nicht dumm darstellen möchte. Und... Ui... Ein Blumer ist schon die Hälfte der Roten Münzen fast. Und das... Schaut jetzt doch etwas verwundernswert aus. Oh. Oh, okay. Sie sehen einfach nur so dreidimensional aus. Das ist nichts Besonderes. So sieht eigentlich in der Natur alles aus, oder? What the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn das jetzt? Alter, Kumpel, checkst du noch irgendwas? Ich glaube, ich muss den vernichten, eiskalt. Ah, einen kleinen Schleimi. Komm, der wird zum Schlüssel, kann das sein? Weil da hinten habe ich doch irgendeinen Schlüssel gebraucht. Ich muss mal wieder her, Schleimi. Schleimi, 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 Schleimi. Hallo, Schleimi. Schleimi, 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 Schleimi. Schleimi, 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 Schleimi. Schleimi, 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 Schleimi. Hallo, wie viel hast du in der... Wie viel Energie hast du, Schleimi, Schleimi, Schleimi? Oh. Ja, Schleimi übertreibt nicht, bitte. Weil ich hab gewusst, dass da ein Schiss loskommt. Das war wirklich cool heute. Okay, ähm... War jetzt auch sehr abnommen, das Ganze. Naja. Ähm... Oh. Ich spür das nur, hier kann man leicht etwas übersehen. Ich mach's am besten so, dass ich einfach durchrenne. Mario hier kurz abstell und wieder durch. Und Schleimi verletzt sich und wir nehmen Mario und raus. So war der Plan und es hat auch alles sehr gut funktioniert. Und ich glaub, hier sind alle Blumen, wenn ich ehrlich sein soll, glaub ich das. Ähm... WTF? Das weiß ja auch jeder, dass man da nicht runter darf. Ist ja logisch, stimmt ja. Entschuldigung, hab ich ja ganz vergessen. Weiß ja jeder Mensch. Also, ich sowas nicht weiß. Das ist ja... Unglaublich. Das ist ja... Das gibt's ja nicht. Aber... Wie sieht's denn aus mit der Statistik? Ui. Ich hasse so blöde Labyrinth. Kinderkacke. Naja. Oh. Oh, das sieht... Das schaut interessant aus. Doch, doch. Ne? Das schaut schon echt interessant aus. Ah, nee. Moment. Ja, das ist albern. Toll. Jetzt sind meine ganzen Klöten weg. Moment. Ich hab doch irgend so ein lustiges Item bekommen. So offscreen und so. Hab ich das nicht bekommen? Oh. Dann werde ich mir wahrscheinlich mal eben... Das Ei nehmen. Auch wenn das wahrscheinlich nur für ein einziges Ei ist, oder? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Oh, nee. Alle voll. Schön. Das ist so eine schöne Idee. Oder Kinder. Das ist so eine schöne Idee. Ja, 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 und jetzt werde ich ihm mit Eiern zugeschissen. Das war ja immer logisch. Und weil leck das jetzt ist, ist es so. Ähm... Ähm... Ja, das Ei, ja, ja, ja. Okay. Kommst du mal hierher? Bist du ein lieber Schleimi? Bist du ein lieber Schleimi? Ist genau aufgegangen. Passt doch, ist doch sehr schön. Okay. Dann können wir hier, glaube ich, auch noch runter. Ach du Scheiße, das ist ein kleines, aber auch nur ein sehr kleines Labyrinth. Hier scheinen überall nur Eier jetzt noch zu kommen und was auch immer das... Ah, okay. Oh, das Level zieht sich aber ganz schön, sehe ich gerade. Das Level zieht sich aber ganz schön. Kann ich mir leider nicht helfen, das tut mir wirklich Welt. Da muss man durch, als zarter Mann und so. Hoch. Äh, hallo? Nochmal hoch. Das Ding hat mich gerade voll hochgeschossen. Okay, Entschuldigung Leute, das ist ein bisschen... ...planlos hier gerade alles. Das wird ja wohl der richtige Weg sein. Dann gehe ich lieber erstmal den anderen Weg hier. Also, mit anderen Weg mal nicht den hier. Guck, was hier noch so für eine Party geht. Wow, so viel. Okay. Ah, jetzt brauche ich echt... Also, für die Castle brauchen wir den doch immer ziemlich lange, wenn ich ehrlich sein soll. Für meinen Geschmack etwas zu lange, aber gut. Jeden, jedem Wirbel. Okay. Und jetzt hängt das... Jetzt ist es wieder so vergelinert und verkotzt und... Oh yeah. Nein, 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 nein. Wir wollen doch ein liebes Karussell sein, oder? Wir wollen doch ein liebes Karussell sein. Aber jetzt geht die Örschi wieder voll ab. Ne, mir fehlt jetzt nicht wirklich eine Blume, oder? Ja, bitte nicht. Wie wir sehen, was ist das jetzt wieder? Alter, ich hab's dir die 100%. Jetzt muss ich nur den Boss schaffen, richtig? Oh, das nach, äh, über neun Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommst. Aber jetzt ist endlich Schluss. Hey, meine, fertig! Wow! Oh, oh. Und ich weiß schon, was wir machen müssen. Wir müssen den dann die Lava befördern. Es scheint mir also relativ logisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das ist eigentlich fast. Was sollten wir sonst machen? Wow, der springt ja hier richtig hoch und so. Ich hab voll bedrohlich jetzt. Ganz im Ernst. So, und den noch weg, und... Scheiße, hast du uns auf die Fresse gegeben, mein Freund. Nein, böse. Böse, böse, böse. So, wollen wir nicht sein. Wir wollen nicht böse sein. Ach, die sind deaktiviert. Das ist ja schön, da müssen wir ja gar nicht rewinden. Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass ich das so machen muss. Eine andere Idee hab ich jetzt nämlich gerade nicht. Also nicht wirklich. Also, ne? Also, ne? Also, ja. Okay. Ich denke mal, ihr wisst ja, was ich mein. Das war's schon. Die 100% sind mein und wir gehen gleich ins nächste Level über. Oh nein, ein Scrolling-Level macht ja voll Fun. Oh yeah. Also, was kann man... Ich hab ne gute Idee. Nehmen wir lieber die Lupe. Dann fackt das alles nicht so viel ab. Dann verfassen wir wenigstens keine roten Münzen, die nicht direkt irgendwo ganz doll versteckt sind. Oh, was hält das denn jetzt? Okay. Der Spaßvogel schon wieder. Okay. Äh, was soll die Münzen da unten? Ich hoffe, da komm ich jetzt noch hin. Okay, sorry, Leute. Aber das geht jetzt nicht anders. Also, wer soll denn auf sowas Dreckiges kommen ohne Rewinds? Ganz ehrlich. Wie um alles in der Welt, wie? Ja. Ey, komm, wir mal auf hier rumzuspinnen, bitte. Kommt der jetzt nochmal wieder oder so? Ich habe nicht viel gesammelt bis jetzt und ich denke mal, das Scrolling-Level wird leider noch ein Weilchen dauern, weil das Scrolling-Level ist ja nicht so schnell gegessen. Das ist irgendwie schrägert mit Verroten, wenn es nicht nur mir gerade hier sehr große Sorgen ist, dass ich hier einfach mal einen verpasse. Das wäre nämlich sehr übel. Naja. Oh, ich lade auch immer wieder diesen verkackten Safe-State, oder? Oh, nee, war zu langsam. Geh doch. Und jetzt ganz schnell durch. So. Dann fressen wir den eben. Okay, ganz schnell. Oh, da wäre ich fast draufgegangen. Aber eigentlich müssten wir jetzt gerade voll im Kreis laufen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar sowas von voll im Kreis. Ach, jetzt hätte ich... Oh, naja. Ihr seid ja witzig. Da habe ich extra gerewindet. Und jetzt hatte ich schlechtes Gewissen, wenn ich rewinden musste. Dann. Das ist übel. Du musst ja eben ganz schnell die Dinger wegmachen, oder sonst ist man... Gearscht. Ich weiß nicht, wo ich lang will. Ich weiß wirklich nicht, wo ich lang will. Ich glaube, ich will hier lang. Oh ja, ich will hier lang. Oh ja, ich will nicht sterben. Oh nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Nein, nein, nein. So. Ich habe eine gute Idee. Ganz schnell rollen. So. Ich hoffe mal, dass das jetzt... Ja, das war hoffentlich richtig. Bitte. Ja, nee. Jetzt gibt es ja zwei Wege, oder was? Das kann ja nicht sein. Das ist doch schon wieder etwas zu seltsam, wenn ich ehrlich sein soll. Zu seltsam. Das ist nicht gut. Nee, nee, jetzt mal im Ernst. Hallo, gibt es ja gar keine Sequels jetzt hier drin, oder was? Ja, die wahrscheinlich oben lang kommen muss. Das ist wahrscheinlich ein verarsche Weg. Da macht man sich Mühe und so, um hier lang zu... Und so was. Wie soll man das denn ohne Rewinds hier machen, bitte? Also ehrlich, Leute. Jetzt mal ganz ehrlich. Mit Menschenverstand und so. Mit etwas Menschenkenntnis. Das kann doch nicht so sein. Wie soll man das denn ohne Rewinds, Sales, Sales, etc. machen? Okay, ohne Sales, jetzt mache ich gerade, aber da bin ich ohne... Rewinds, verdammte! So. Warte, toll. Was jetzt? Ach so, okay. Da bin ich doch den richtigen Weg gelaufen. Wie glaube ich jetzt? Ah, toll. Mir fehlt ja trotzdem noch ein ganzer Haufen. Glückwunsch. So. Na. Da sehe ich doch schon die nächste Blume. Das heißt, wir können ja mal gar nicht so falsch... Da fängt der Scrolling-Teil schon wieder an. Ich glaube es nicht. So viel Spaß macht denn das wohl, oder? Es ist so einfach zu programmieren. Das Scrolling-Teil. Und ich glaube, da kann ich nicht runter. Irgendwas hat das doch mit den Vögeln auf sich. Das weiß ich doch jetzt schon. Irgendwas Wichtiges muss es doch gewesen sein eben. Irgendwann ist die einfach nur so zum Spaß, wie lange gelaufen werden. Oh mein Gott. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Oh mein Gott. Mit Rewinds und ohne Saves ist es schon heftig. Aber ohne beides wäre das schon etwas zu arschig gewesen jetzt. Boah. Alter, meine. Meine Herren, meine Fresse, meine. Bei bestem Willen. Also eigentlich ist das zu asozial. Ba ba ba. Ba 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 ba. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin doch so göttlich. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, es fehlen nur noch drei Level. Und dann haben wir eigentlich alles geschafft. Bis auf die Extras. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal in 6.6. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.